Jo, Leute! Was genannt? Das ist Lars, hallo! Das ist Roman, hallo. Guten Tag. Wir haben gute Laune mitgebracht, denn wir haben ein tolles Video heute für euch vorbereitet. Nehmen wir heute günstig, ist es teuer! Einer wird tatsächlich etwas günstiges die ganze Zeit bekommen und der andere wird etwas teures die ganze Zeit bekommen. Nur müssen wir jetzt entscheiden, wer bekommt über das teure und wer bekommt über das günstige. Deswegen können wir das nur mit einer einzigen Sache entscheiden und zwar mit Schäf, Stein! Aja, Papier! Okay, bereit? Wir spielen wie richtige Männer. Schere, Stein, Papier! Schere, Stein, Papier! Okay, Schere schneidet Stein. Schere, Stein, Papier! Schere, Stein, Papier! 2-0! Ich habe nur Schere! Ist es deine Taktik, nur Schere zu nehmen? Das ist jetzt nochmal Schere! Schere, Stein, Papier! Das ist doch dumm! Schere, Stein, Papier! Ah! Du bist doch dumm! Ich bekomme jetzt also wahrscheinlich teuer. Das war die Verwirrungstaktik. Ja! Das bedeutet also, wir können uns jetzt tatsächlich mit teuer was günstig identifizieren. Ich bekomme das teure, Lars bekomme das günstige. Und wir legen los! Wir haben hier ein paar Zettel, die werden wir jetzt ziehen und darauf sind verschiedene Sachen, die wir dann bekommen. Als günstig oder teuer. Äh, also da steht ja, ich ziehe jetzt einfach mal ein und dann sehen wir einfach was da drinnen passiert. Also, schütze dich vor der Sonne ist unser Thema. Oh, okay. Da ist auf jeden Fall so, das aussieht meint. Das ist schon teuer. Oh! Und da ist... Deins! Was ist das denn? Schützt du dich vor der Sonne? Yo, was? Und dann hast du noch... Oh, sag mal, ist es Joe? Hallo, hat da jemand Joe angerufen? Joe! Okay, ich glaube, Lars hat es jetzt auf jeden Fall vor der Sonne geschützt! Soll ich mal gucken, was bei mir drunter ist? Ja, guck mal bei dir. dü 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 bund HOa Warum? Warum? Woah! Vor der Sonne geschützt immer ein gutes, wunderbares Krözchen, was ich dabei habe. Schön. Alles klar! Geht zurück! Nächste Runde. Nächste Runde. okay. Was steht drauf? Was steht drauf? Ich Glaube du siehst schlecht Ich glaube du siehst schlecht. Okay Ich habe meins jetzt wiederbekommen. Ich glaube da kommt deins. Was war das denn? Du hast deinen Hut verloren, Alter. Was ist dein Problem, Mann? Du siehst wirklich cool aus, Mann. Okay, dann... Oh, schön. Schöne Brille. Was bringt das? Deine Haare glänzen richtig, Mann. Du hast wie so einen guten Conditioner benutzt. Ja, Mann. Das Mayo. Das Mayo in deinen Haaren. Okay, dann gucken wir mal, was ich bekomme für Du siehst nicht richtig. Wow, Alter. Er kriegt einfach zwei davon. Was ist das? Jo, was? Das sind doch Monokel. Ja, oder? Oh, okay. Alter, wie krass ist das denn? Die sind sogar verheddert. Was? Warte, ich glaube, ich muss eins ums Ohr so wickeln. Das andere dann auch ums Ohr so wickeln. Dann habe ich die... Doppelmonokel. Sieht aus wie so ein Instagram-Funkt. Ich kann hierdurch gar nichts sehen, aber... Es ist toll. Sieht cool aus oder sehr cool aus? Ja, ja, ja. Okay, lass schon mal ziehen. Ich ziehe... Wer hat Bock auf einen Spaziergang? Okay. Oh, da kommt die Sache. Alter, check das mal aus. Junge, was ist das denn? Oh, nice, Mann. Für die Schuhe. Was krieg ich für Schuhe? Da kommt deine Sache. Oh, oh, oh. Das ist ja... Oh, wow. Das sind nice Slipper. Ich muss auf deine Frisur achten. Danke, Mann. Also, ich habe hier... Was ist das denn, Junge? Das sind so richtig goldene Sneaker. Uh, Junge. Mann, was habe ich denn da? Ich zieh meine auch mal an, warte, Mann. Oh, yeah, Mann. Check mal meine Schuhe, yo. Check mal meine Schuhe, Mann. Yo, yo, check mich. Warte mal. Ey, ich glaube, ich habe sogar noch eine Extra-Funktion. Pass auf, Mann. Ich kann hier... Warte. Check das, check das. Ich kann hier einfach... Lichter anmachen und so in Rot, in Grün, in Blau... Ich auch, Mann. Ich glaube, dir fehlt die Batterie drin, Bro. Hier, schau dir das mal an. Es gibt nämlich noch Blau, Lila und es gibt auch noch den Flash, yo. So, komm auf meinen Level, Bro. Check das. Junge, was glaubst du, wie teuer waren die Schuhe? Die sind aus Gold und die können leuchten, Mann. Die hat bestimmt Milliarden gekostet. Okay. Alles klar. Alter, du bist mir fast auf den Fuß getreten. Das war wirklich ein Millimeter. Hä, aber deine Schuhe schützen doch. Junge, wie nice, Mann. Ich würde sagen, wir geben es zurück, oder? So, zehn Uhr als nächstes, Mann. Du siehst hungrig aus. Du siehst hungrig aus? Ein kleiner Schreibfehler hat sich da eingeschlichen. Du siehst hungrig aus. Da kommen unsere Sachen, Mann. Oh, ho, ho. Was denkst du, was bekommst du, Mann? Keine Ahnung, Mann. Oh, da kommt der jetzt. Sag mal, wenn du so ein richtig trockener Cheeseburger. Nice, Mann. Das hast du zu fressen noch. Drei, zwei, eins. Du. Oh. Oh. Alter, was? Ist das ein vergoldeter Big Mac? Oh, Junge, der sieht gar nicht mal so appetitlich aus. Aber er ist aus Gold. Bing, 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 bing. Probier mal meinen kleinen Big Mac aus. Alter, ist der nice. Junge, der glitzert. Deine sind aber auch nicht schlecht. Hey. Oh, hast du das gesehen, Mann? Da kommt ein richtiger Feenstaub. Hey. Nicht meine Rieße machen. Hey, komm mal. Klar, Junge. Bei mir ist nur Gold in der Nähe. Jetzt kommt da mal ein nicer Biss rein. Und... Mh. Alter, meine Finger. Was geht ab? Guck dir doch mal. Mh. Hab ich Gold in den Mund? Mh. Also das ist mal locker eine Million Euro wert, oder? Goldene Lippen. Bei mir ist alles nur noch aus Gold. Oh mein Gott, wie seh ich aus, Mann? Lady Gaga einfach. Ziehst du jetzt noch mal? Und ich ess währenddessen so. Okay, Mann. Es sieht aus... Es sieht aus. Es sieht aus. Es sieht aus, als wäre dir kalt. Hm. Okay. Oh. Danke. Mal gucken, was ich da drinne habe. Din, 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 din. Oh. Nice, Mann. Neues T-Shirt. Da muss ich schon sagen, das hat was. Oh. Toll ist das an. Din, 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 din. Da muss ich sagen, das ist schon hässlich. Sag mal, ist das ein richtig abgeranztes T-Shirt, das du da hast? Was? In Ruhe. Ich glaube, ich kann von ganzer Goldstaub nicht mehr reden, Mann. Puh. Hab ich eigentlich noch Gold um die Lippen? Seh ich so aus, als hätte ich Gold um die Lippen. Du siehst aus, als ob du ein Gold im Lippen hast. Du siehst aus, als ob du ein Gold im Lippen hast. Ich bin der König und ich wünsche mir meinen Burger zurück. Din, 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 din. Kommt mal. Da ist er wieder. Und ich kann ihn einfach weiter essen. Junge, ich sehe aus wie ein König, Mann. Was ist dein Problem? Check this. Check this. Nice, oder? Das stillt deinen Durst für immer. Was soll das bedeuten? Das stillt deinen Durst für immer. Oh, was? Jo, Lars. Alter. Ich bekomme einfach so einen Goldcocktail. Jo, was? Nice. Oh. 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 Was ist das? Was ist das? Oh, das sieht so nice aus. Was ist das? Cheers, Mann. Auf mich. Auf mich. Auf mich. So. Mmh. Es schmeckt nach Reichtum. Hoho. Wie schmeckt deins, Mann? Schiss. Sag mal, ist das ein Saft oder so? Keine Ahnung, Mann. Du meinst es einfach nur so Wasser mit Gold? Also es ist einfach Goldwasser. Ich glaube, das hier ist Pipi. Pipi? Oh nein. Kanalisationswasser? Schmeckt gut. Nice. Du hast doch noch ein bisschen Ketchup. Stimmt, ey. Wie dich dran oder du? Ich bin dran. Los geht's. Seit wann bist du krank geworden? Oh. Money, 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 money. Money, money, money. Jo, it's so funny. Ja, Mann. Langsam Zeit für Geld. Puh. Mal gucken, was ich da hab. Ich glaube, da kommt noch eins. Oh. Ja, Mann. Ein bisschen Kleingeld. Aber warte mal. Das sind doch Schokoladenmünzen, oder? Nein, Mann. Das ist richtig. Das ist echt. Verdammt. Jetzt machen wir den Test. Hm, Lars. Ich glaube nicht, dass das echt ist, Mann. Klar. Du kannst dein Geld behalten, Mann. Ich guck mal, was bei mir drin ist. Ha, ha, ha. Boah, das sieht mal ganz schön lecker aus. Hey. Ich guck mal, solange was ich hier drin hab. Oh. Oh. Was ist das? Das ist ja von dem Money Garden. Oh. Oh. Ja, Mann. Oh, ja. Uh. Money, money, money. Yeah. Hey, hör mal. Hey. Auf mein Geld auch zu sammeln, Mann. Das ist meins, Alter. Hier. Beide sind die Münzen. Ja, Mann. Junge, das sind einfach Zehntausender-Scheine, Junge. Was geht hier ab? Hey, geil, Mann. Junge, das ist ja echt nice. Guck mal. Hä? Was ist denn da los? Oh, da kommen Euro-Scheine raus. Ja, Mann, die kommen raus. Ach, weißt du was? Geld für alle, Mann. Junge, haben wir hier viel Geld, Lieben. Hey. Du hast mein Geld geklaut. Hör auf, mein Geld zu klauen, Mann. Hier. Pack dir ein Eis. Viertausend. Hä? Was? Hey, du hast ein Lagerfeuer daraus gemacht, Mann. Hey. Das Geld, Mann, ist voll kalt. Nein, das arme Geld, Mann. Ich werd dich wieder flicken, Kleines. Oh, Mann. Mann, das ist doch immer so kalt. Ihr seht hässlich aus. Hä? Hässlich aus? Hä? Hä? Wir haben auch nur eins bekommen. Digga, das macht Geräusche. Hello there. Hahaha, ihr beide seht aus wie die letzten Clowns. Guckt euch mal an, ihr Lose. Hahaha. Jetzt ist Pino, jetzt ist nicht Pino. Was? Mach ich ja Pino, Mann. Ihr geht zurück, Mann. Ich zieh's raus. Vroom, vroom, also. Hä? Oh, nice, Mann. Hä, was ist das? Echter Schlüssel für einen Ferrari, Mann. Was ist das? Oh. Oh, mein Gott, Digga, Alter. Ich hab einen echten Ferrari. Wo steht ihr? Oh, Digga, ich muss ganz schnell los, Junge. Hahaha. Hahaha. Echt nicht nur. Ein echter Ferrari. Hahaha. Okay. Hä? Nein. Oh, nein. Das ist doch nicht dein Ernst. Das ist doch kein Ferrari. Hahaha. Oh, yeah. Nice. Hahaha. Ein Ferrari, Mann. Oh, Mann, Alter. Das ist so unfair, Mann. Oh, Mann. Wie soll das nur funktionieren, Mann? Ich bin sowas gar nicht gewohnt. Oh, Mann. Mit einem echten Ferrari wäre mir das nicht passiert. Jetzt zeig ich's, Mann. Hey, du Penner. Das ist so unfair. Was geht, Mann? Hast du mein Baby gesehen, hm? Das ist nicht fair. Das ist eigentlich meiner, Mann. Oh, Baby. V8 B2. Was hast du da unter der Haube? Eine Plastikstärke. Eine Plastikstärke. Haha. Wollen wir ein Rennfahrt machen? Rennfahrt? Na klar. Ich zieh dich locker ab, Mann. Ich zieh dich ab, Mann. Penner. Oh, yeah. Haha. Wow. Haha. Was? Wie geht das Ding an? Ich hab... Ich hab doch gar keinen Führerschein. Haha. Tschau, Alter. Ich kann das Rennen nicht verlieren. Ich kann das nicht verlieren. Oh, nein. Oh, nein. Tschau, Loser. Haha. Wuhu. Katschen. Jihau. Oh, Mann. Ich muss schneller sein als der. Oh, Mann. Ich würde... Freiheitlich. Juhu. 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 Wow. Jetzt bin ich geboren. Wuhu. Ich hab's dir gesagt, Mann. Ich hab gewonnen. Ich hab einfach gewonnen mit diesem Ding. Sag mal, wo ist das Auto? Ja, da oben. Hast du das Auto mit dem Schlüssel einfach oben stehen lassen? Ich hab doch keinen Führerschein. Und was? Nein. Los, die klauen unser Auto. Die klauen unser Auto. Die klauen unser Auto. Die klauen mein Rad mit z。 Dieשות. Düst니. Die Kommissary. Untertitelung des ZDF, 2020